...setzen. Dauch frei. Also doch. Hat er recht? Ja. Dann nochmal, wenn ich es nicht angemeldet hätte, wären die Süddeutschen mir zuvor gekommen. Das ist doch eine Lüge. Sie machen sich was vor. Wie viele Tote denn noch? Waffen müssen nicht erfunden. 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 Dumm? Nein. Naiv. Schauen Sie sich doch die Welt an. Ich werde Sie schon noch überzeugen. Ja. Überzeugen Sie mich. Ich muss auf ihn zurück. Ich weiß. Ist es schade? Ja. Ich möchte es umarmen. Und warum soll es denn umarmen? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Warte. Warte. Ich war halt echt nichts weit. Also man kann sich wirklich nur auf jeden verlassen. Das macht also diese Freundschaft auch aus. Du bist meine Frau. Von Gott. Für immer. Weil wir zusammengehören oder weil ich als Frau allein nichts mehr kenne? Ich weiß. 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 Vielen Dank. Ist man heute zusammen? Wenn das Kapitel fertig ist. Wir sollten mal wieder mit dem Warten reden, wirst du nicht? Hast du deinen Titel gefunden? Mhm. Wieder mit dem Warten. Wieder mit dem Warten. Das klingt aber sehr gut. Ich würde es dir umdrehen. Die Warten nieder. Genau. Die Warten nieder. Danke. Danke. Dieses Buch verändert dich. Alles fühlt sich. Mhm. Doch es sind noch hunderte, die draußen im Charmin und jeden, der vorbeikommt, anflehen, erhöhen sie töten. Die Sanitäter arbeiten bis spät in die Nacht hinein. Doch es sind noch hunderte im Schlamm liegen und jeden, der vorbeikommt, anflehen, ermöge sie töten. Wir werden können. Sie alle hatten und geplündert, selbst die Verwundeten liegen fast lang. Auf bekohlten Ästen sitzen Aas, krämend, bereit für ein Festland, ausgehörte Hunde aus den Dörfern streuen ihn herum, um denen, die sich nicht mehr wehren können, das Blut aus den Wunden zu lecken und die hilflos im Stahlkampf liegen, mit kurzer Hand mit den Toten begraben. Oh, vielen Dank. Vielleicht ist mir das Leben.